So, jetzt müsste man darüber reden, wie erzählen wir einer Bevölkerung, der man zwei Jahre sehr massiv über mediale, leitmediale Steuerung erzählt hat, wir müssen uns gegen Putin verteidigen, wenn wir Putin nicht in Kiew stoppen, dann ist der morgen in Berlin und dann in München und dann in Lissabon, ja, und überhaupt ist er ein Psychopath, so. Also, dieser Bevölkerung müsste man erzählen, nein, der Westen hat eine Mitverantwortung, das und das und das war anders und so weiter und so weiter. Die Frage ist tatsächlich, kann man das überhaupt oder wollen die Leute das jetzt glauben? Und ich glaube, darüber müssen wir sprechen, denn es gibt Leute und zu denen gehöre ich auch, die totalitäre Tendenzen in Gesellschaft und im Denken der Leute wahrnehmen. Das kann eine Fehlwahrnehmung sein. Ich will nicht sagen, dass wir in einem Totalitarismus drin sind, aber dass es gewisse Tendenzen gibt hinzu, das darf man nicht sagen, das darf man nicht denken, das darf man nicht ausdrücken. Das war bei Corona extrem stark, weil dort noch der Zusammenhang gemacht wurde mit, wenn nicht alle das Gleiche glauben, dann tötet das Virus uns alle. Also müssen wir das jetzt machen. Das war doch ganz stark, aber das Virus ging dann über in diesen Krieg. Ich habe mir schon während 2021 gedacht, dass vielleicht das Einzige, was dieses allbeherrschende Corona-Thema aus unseren Köpfen wegbringt, wahrscheinlich ein Krieg sein wird. Ich habe damals gedacht, es wird dann wahrscheinlich ein Krieg zwischen den USA und dem Iran. Kam dann anders. Aber genau, also der Ukraine-Krieg hat für mich dann mehr oder weniger mental in der Gesellschaft den Platz eingenommen, den vorher Corona hatte. Und dann war Corona weg. Und Corona selber wurde ja schon in diesen Kriegstermini wahrgenommen und besprochen. An die Front, die Krankenschwestern und so weiter, die Krankenpfleger, der Krieg gegen das Virus und so weiter. Also die ganze Rhetorik war ja schon da. Und das ging dann eins zu eins gegen Russland, auf Russland über. Und in diesem Fluss sind wir mittendrin. Und ich hatte erst gerade letzte Woche eine Aussprache mit einem Schweizer Historiker, der absolut meine Analyse nicht teilt. Ich gehöre zu den Leuten, die die Analyse von John Mersheimer und so weiter nehmen und sagen, das ist das, was Russland bewegt. Und er sagt, wenn man Russlands Position erklärt, dann entschuldigt man sie. Also er lehnt es ab, eine Unterscheidung zwischen Erklärung und Entschuldigung zu machen, die ich für fundamental halte. Also etwas erklären ist nicht etwas entschuldigen, so wie Sie das auch gesagt haben. Und wie nehmen Sie das wahr, dass diese Einengung und eben auch dieser Gleichschritt der Gesellschaft nicht nur in den Institutionen stattfindet, sondern auch in den Köpfen der Menschen? Also danke für die Frage. Ich glaube, wir kommen jetzt wirklich so an den profunden Grund dessen, was gesellschaftlich gerade passiert. Und in der Tat ist die erste Frage, was nehmen wir wahr, was diskutieren wir jetzt gerade? Eine, Sie haben gesagt, totalitäre Schließung des Denkens. Und dann ist die Frage, ist das so? Wie würden wir das begründen? Und die zweite Frage ist, warum nehmen andere das nicht wahr? Also Ihr Freund, mit dem Sie diskutiert haben. Ich würde mich bei Ihnen einsortieren, also der Übergang auch von Corona zur Ukraine. Da würde ja der belgische Psychologe Matthias Desmay, der würde ja sagen, dass man eine Angst nicht mit Argumenten wegbekommt, sondern nur mit einer noch größeren Angst. Ja, und das ist ja genau passiert. Ja, Angst vor dem Virus, Angst vor dem Krieg, weil man eben gegen eine Angst nicht mit rationalen Argumenten vorgehen kann. Und so funktionieren ja beide Diskurse. Also der eine Diskurs funktioniert mit Angst vor dem Virus, zwar Corona. Und der zweite Diskurs funktioniert mit Angst vor Putin. Deswegen muss ja Putin auch so dämonisiert werden. Ja, also wir haben ja jetzt haufenweise Bücher, die also Putin zum Psychopathen erklären und so weiter, die sich stapeln in den Buchhandlungen. Und man kann sich wirklich auch fragen, was da passiert. Jetzt wird mir ja oft die Osteuropa-Expertise abgesprochen. Das wurde ja auch oft gesagt, ja, Frau Gero darf sich zum Ukraine-Krieg nicht äußern, zum Beispiel, weil ich kein Ukrainisch spreche. Da kann ich nur sagen, naja, Frau Strack-Zimmermann spricht sicherlich auch kein Ukrainisch und äußert sich jeden Tag zum Ukraine-Krieg. Also das ist ja kein Kriterium. Also dass wir überhaupt schon auf diesem Diskussionsniveau gelandet sind, ist ja problematisch. Aber um meine Expertise vielleicht mal deutlich zu machen, ich war in den 80er Jahren zwischen 1986 und 1988 in Sciences Po. Das ist ein renommiertes französisches Politikwissenschaftliches Institut. Ich habe dort bei der damals inzwischen verstorbenen Sowjet-Expertin Elenka Redonkos, eine der größten Expertinnen für die Sowjetunion, da habe ich studiert in einem sogenannten Diplom d'étude approfondie. Ich habe als Deutsche in den 80er Jahren dieses Diplom d'étude approfondie bei Elenka Redonkos, die nachher in der Académie de France war, mit 16 sur 20, also mit 16 von 20 Punkten abgeschlossen. Das war ein außerordentlich gutes Diplom. Insofern wundert mich das immer, wenn mir jetzt sozusagen Osteuropa-Kenntnis abgesprochen wird. Aber lassen wir das, ja. Der Studiengang hieß damals interessanterweise noch Etude Sowjetique Est-Europaine, also sowjetische und osteuropäische Studien. Und da konnte man tatsächlich einiges lernen. Aber zu Ihrer Frage, also wenn wir jetzt tatsächlich Kategorien verlieren, wir verlieren ja Kategorien, wenn wir sagen Putin-Versteher. Verstehen ist das Wichtigste, um einen politischen Prozess zu verstehen, zu begleiten, politische Antworten zu finden. Wenn wir jetzt das Verstehen binär sehen, du verstehst Putin, also bist du ein Putin-Versteher und darum willst du Putin, was auch immer, rechtfertigen, ja. Dann verwechseln wir Verstehen mit Rechtfertigen. Und es ist ein kategorialer Verlust. Wir verlieren unsere Denkkategorien. Ich muss etwas verstehen, um etwas analysieren, beurteilen und dann darauf reagieren zu können. Insofern sind ja diese Begriffe, die wir jetzt in den letzten drei, vier Jahren fast etabliert haben, auch Leugnung, ja. Corona-Leugnung, ja. Corona-Leugner. Nein, ich habe nie Corona geleugnet oder das Virus geleugnet. Ich habe nur in Frage gestellt, ob die Maßnahmen in der Form, wie wir sie durchgeführt haben, übergriffig waren, Grundrechtsverstöße bedeutet haben und ob sie notwendig waren. Alles ist heute im Grunde erhärtet, ja. Also wir haben heute alle Daten der Welt, die belegen, das hat ja sogar Bill Gates zugegeben, es hat inzwischen die EMA zugegeben, also die Europäische Arzneimittelaufsichtsbehörde, dass Corona, Bill Gates hat gesagt, nicht so gefährlich war, ja, eine bessere Grippe, aber dass die Herdenimmunität nicht erzielt werden konnte mit dem Impfstoff und so weiter. Das heißt, wir haben heute alle Daten, die wir brauchen, um im Grunde zu sagen, die Kritiker hatten Recht. Aber der kategoriale Verlust, die Kritiker der Maßnahmen, der kategoriale Verlust lag auch darin, dass man Leugnen sozusagen benutzt hat als Wort, um jemanden im Grunde aus dem Diskurs zu fegen, ja. Du leugnest das Virus. Nein, man leugnet nur die Reaktion, also noch nicht mal, man leugnet gar nichts, man analysiert nur die Reaktion auf das Virus. Und dieser kategoriale Verlust, den halte ich wirklich für richtig bedenklich. Also wie wir in so eine binäre, gut-böse Geschichte rutschen konnten. Entschuldigung. Nein, ich gebe Ihnen hier absolut recht, es gibt einfach noch, hinzu kommt noch, dass wir im Moment auch noch was anderes verlieren. Ich kann es noch nicht richtig fassen, aber zum Beispiel diesen Ausdruck, gerade auf Englisch, dass das ein Talking Point ist, ein Putin-Talking Point. Denn ein Talking Point auf Englisch ist ja nicht unbedingt eine Lüge, ist ja nichts Falsches, sondern kann etwas absolut Richtiges sein, was einfach jemand sagt. Also wenn Herr Putin eben sagt, wir wollen nicht, dass die Ukraine militarisiert wird, weil das gegen uns verwendet werden kann, dann im Deutschland, also Deutschland, Schweiz auch und so bei den Leuten, die sagen, doch, jetzt müssen wir mit Waffen liefern, dieses Argument wird dann ja gar nicht akzeptiert, wenn wir argumentieren, wir müssen schauen, dass die Russen sich nicht bedroht fühlen, denn das wäre ja dann ein Russian Talking Point. Da passiert im Moment etwas, was wirklich dazu führt, dass eine große Anzahl von Menschen das Gefühl hat, dass man nur das sagen darf, was dem eigenen Narrativ im Moment behilflich ist. Und alles andere, auch wenn es stimmt, das gehört sich nicht. Genau. Ein Talking Point, gutes anderes Beispiel ist Whataboutism. Ja, also wer sagt, der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg und die Wiederholung desselben und dann sagt, warum reden wir bei Amerika im Irak vom Einmarsch, also wer vergleichen will. Der Vergleich ist das historische Argument, also man kann natürlich Äpfel und Birnen nicht vergleichen, man kann auch schlechte Vergleiche machen, dann kann man auch sagen, der Vergleich stimmt nicht. Äpfel und Birnen sind beides Früchte, man kann sie als Früchte vergleichen. Es kommt einfach aus dem Grund auf an. Genau, das meine ich ja. Also der Vergleich ist das historische Argument. Insofern muss der Vergleich sein, selbst wenn wir dann feststellen, okay, der Vergleich hinkt. Aber zu sagen, wir dürfen den Vergleich nicht mehr machen, weil das Whataboutism ist, nach dem Motto, wenn du jetzt anfängst von Irak zu reden, wo wir doch jetzt über den russischen Angriffskrieg reden, dann ist Whataboutism, auch das darfst du nicht. Das heißt, wir nehmen den Vergleich, wir setzen Dinge absolut, wir verlieren die Kategorien, das hatten wir schon mit der Corona-Leugnung und dem Putin-Versteher. Aber ich würde mal gerne einen kleinen Schlaglicht darauf werden, wie das passieren konnte. Es gibt eine, wie ich finde, sehr kluge französische klinische Psychologin, Ariane Bilheron. Die hat sehr viele Bücher darüber geschrieben, wie die Digitalisierung zu dem kategorialen Verlust beigetragen hat. Also wie sich über die Digitalisierung Denkstrukturen tatsächlich so geändert haben, dass das heute so passieren kann. Weil wir sind ja, ich weiß nicht, aber doch vielleicht eine Generation. Es gibt nämlich altersspezifische Unterschiede. So, was die Ariane Bilheron sagt, ist zum Beispiel das durch das Wischen. Sie gucken auf Wikipedia und lesen irgendwas und dann ist da ein Hyperlink und dann klicken Sie da drauf, weil Sie was nicht verstehen, dann kommen Sie auf einen anderen Text und dann ist da wieder was. Sie buddeln sich eigentlich immer nur nach unten. Sie wissen nach fünf Hyperlinks nicht mehr, was wollte ich eigentlich lesen. Das Internet hat keine Seite. Das Internet hat keine Paginierung. Das heißt, das Internet hat kein räumliches Wissen. Das heißt, Sie können Ihr Wissen nicht mehr verorten. Sie wischen sich sozusagen immer nach unten. Das führt dazu, wenn Sie nichts anderes gewohnt sind. Das heißt, Sie sind nicht mehr gewohnt, ein Buch zu nehmen. Das Buch hat einen Buchdeckel da und einen Buchdeckel da und dazwischen sind Seiten und dann gibt es einen Index und dann können Sie sagen, auf Seite 126 finde ich das und das. Wir haben eine räumliche Vorstellung. Die meisten Leute, wenn sie ein Buch gelesen haben, wissen, ach, das stand im letzten Drittel da irgendwo unten. Also wenn Sie was in einem Buch suchen, finden Sie das meistens auch, weil wir ein räumliches Vorstellungsvermögen haben. So, wenn das also weg ist durch diese Digitalisierung, von der Ariane Bileron sagt, das ist gezielte Infantilisierung, gezielte Verdummung, ja, dann müssen wir feststellen, dass wir natürlich jetzt, nennen wir mal die Millenniums, ab 2000 fing das an, Blackberry und dann das iPhone, ja, Steve Jobs, everything with a button. Das war so die Revolution um 2010 herum. Dann haben wir jetzt ganze Alterskohorten, also alle, die jetzt so plus minus 25 sind, die mit diesem Wischen und sich Verbuddeln, sag ich mal, gelernt haben. Die auch nur noch PDFs lesen, ja, und zwar PDFs, die nicht mehr in einem Zusammenhang sind, die also ein PDF bekommen, das verstehen und wiedergeben sollen. Aber ein PDF ist ja oft ein Beitrag aus einem Sammelband und in einem Sammelband sind dann zehn Artikel und der eine Artikel ist anders als die anderen, ja. Also mit einem PDF habe ich ja gleich eine Präferenz gegeben und sage nicht mehr, hier ist ein Sammelband, da stehen so und so viele Artikel zu dem Thema drin, guckt euch die mal alle an, weil diese Artikel zusammengenommen, nämlich den Sachverhalt von verschiedenen Seiten beleuchten. Das heißt, das alles würde erklären, laut Ariane Bileron, dass das, was wir jetzt gerade analysieren, nämlich den Verlust an Kategorien, die Verwischung von Begriffen, Putin-Versteher, Verstehen ist nicht rechtfertigen und das alles, ja, dass das tatsächlich im Prinzip inzwischen neuronale Mechanismen sind, die etwas damit, die letztlich mit der Digitalisierung zu tun haben. Warum? Wir verlieren den Raum, das habe ich schon gesagt. Wir verlieren damit die Lokalität und die Paginierung des Wissens. Wir verlieren, wie ich gesagt habe, beim Sammelband die Gegenüberstellung von verschiedenen Perspektiven, ein Sammelband mit verschiedenen Beiträgen. Und wir verlieren den Kontext, ja. Also wenn Sie sagen, Sie haben einen Punkt, dann gibt es immer eine Vorgeschichte und immer eine Zukunft. Und wir haben ja, im Grunde wissen wir ja, dass wer die Vergangenheit nicht kennt, kann sich in der Gegenwart nicht verorten und kann die Zukunft nicht gestalten. Also Sie brauchen ja die Dreigliederigkeit, ja. Woher komme ich? Wo bin ich? Wohin will ich gehen? Wenn Sie das wegnehmen, weil Sie nur auf dem Punkt sich nach unten buddeln, ja, dann verlieren Sie den Kontext, damit die Geschichte, damit den Vergleich. Sie verlieren die Kategorien, Sie verlieren den Raum und Sie können Zukunft nicht mehr gestalten. Ich halte das epistemisch für eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir in meinen Augen leider noch nicht ausreichend thematisieren. Obwohl ich letztens in Paris war, da gab es eine interessante Konferenz zu ChatGPT, da wurde genau das besprochen. Ja, also genau das wurde besprochen. Aber bleiben wir mal dabei. Die Ereignisse, die wir jetzt beobachten, zum Beispiel den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg vom 22. Februar 2022, so wird es ja erzählt, ist genau das. Es gab nichts vorher. Es gab vorher keinen Bürgerkrieg. Es gab keinen Maidan. Es gab nicht dies. Es gab nicht das. Wir überlegen auch nicht, wie wollen wir denn als Europa da rauskommen? Was sind denn gute Lösungen für Europa? Brauchen wir Eurasien? Wollen wir eine Sicherheitsarchitektur mit Russland? Sondern wir diskutieren nur auf dem Punkt der völkerrechtswidrigen Angriffskriege und so weiter. Und daraus kommt dann ein politisches Paradigma. Putin darf nicht gewinnen. Das ist das, was uns sozusagen, wenn uns die Kontextualisierung der Geschichte fehlt und die Möglichkeit des Zukunftsentwurfs fehlt, dann stehen wir auf dem Punkt und das ist totalitär. Also Sie haben ja gesagt, wie gehen wir mit diesem Totalitarismus in? Und ich wollte nur den Prozess beschreiben, der es so totalitär macht, weil wir sozusagen auf dem Punkt stehen bleiben. Und dann gilt ja Adorno. Weil das, was ist, nicht alles ist. Weil das, was ist, sich ändern kann, ist das, was ist, nicht alles. Wenn wir aber immer auf dem Punkt bleiben, dann kommen wir da nicht mehr raus. Es ist schon interessant. Ich frage mich dann immer, woher stammt das? Weil wir sind ja in einem Abhängigkeitsverhältnis von der Gesellschaft. Also Gesellschaft prägt uns, wir prägen Gesellschaft zurück. Also haben wir so eine Rückkopplungswirkung. Und was wir im Moment, wovon ich ausgehe, ist, dass wir im Moment eine Tendenz beobachten, eben hin zu dessen, was ich Kriegslogik nenne. Und Kriegslogik kann sich eben nicht nur auf Krieg auswirken, sondern auch in anderen Domänen. Und das Phänomen ist dann immer das, dass wenn man plötzlich einen Feind hat, dass dann dieses Denken anfängt, wirklich auch übergriffig zu werden auf die Logik der Menschen, dass man dann eben gewisse Denkbereiche ausschalten muss. Also eben zum Beispiel die Historisierung eines Konfliktes normalerweise oder auch die Differenzierung, dass man sagt, das müssen wir jetzt von verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Denn wenn ein Feind existiert und wenn das Freund-Feind-Denken anfängt, dann muss alles reduziert werden auf ein relativ einfaches Schema. Ansonsten hätte man die Situation nicht, dass man einen Feind hat. Also haben wir so ein Chicken-Eck-Problem. Und gerade bei dieser Frage jetzt vom Anfang, gibt es auf Deutsch dieses wunderschöne Wort der Diskurshoheit und der Deutungshoheit. Dass es wirklich gewisse Gruppen gibt, die dann sehr gut sind, diese Deutungshoheit zu setzen für alle anderen. Und dort fängt dann das Gespräch an. Also entweder im Februar 2022 für den Krieg in der Ukraine oder am 7. Oktober. Ja, genau. Das wollte ich auch. Also das ist sehr analog. Der 7. Oktober, vorher war die Welt eine andere. Und am 7. Oktober hat alles angefangen. Und von diesem sozusagen ein Moment an wird analysiert. Und dann gibt es nur diese eine politische Lösung. Und dann fehlt uns sozusagen die Vergangenheit, der Aufbau, die Vorgeschichte, was ja tatsächlich relevant ist. Ja, also natürlich ist das relevant, mitzuerzählen, was in den Tagen vorher und so weiter passiert ist. Also oder auch in den Jahren vorher, Maidan und so weiter. Weil es geht ja jetzt zentral in dieser Diskussion Ukraine, Russland zum Beispiel eben um diese NATO-Osterweiterung, um Versprechen. Das wird ja überall diskutiert. Ja, also um die sogenannte Mitverantwortung des Westens. Und wenn man die nicht geltend macht, dann kann man ja tatsächlich nicht zum Frieden kommen. Also wenn man sozusagen in die Polarisierung hineinarbeitet. Und wir haben ja in die Polarisierung hineingearbeitet. Mir sind gerade die, wo Sie das gesagt haben, Freund-Feind-Schema, gut-böse. Also ich glaube, die hieß Maria Bonelli oder so, diese belgische Historikerin, die um das Jahr 2000 herum so ein Buch geschrieben hat über Kriegspropaganda. Ja, und die zehn Mechanismen der Kriegspropaganda, das findet man im Internet. Wir haben das auch im Endspielbuch zitiert. Ist ganz eindeutig, wir sind die Guten. Der Angreifer ist der Feind. Der Angreifer schlachtet und mordet und so weiter. Wir verteidigen nur. Ja, wir verteidigen nur. Also wir machen nie etwas Böses. Also die Kategorien, wie diskutiert wird, ja, also das, die sind sehr einschlägig. Und man kann wirklich über das Ukraine-Russland-Geschehen, kann man das fast eins zu eins, diese Mechanismen der Kriegspropaganda, kann man sich das eigentlich angucken, wie sehr sozusagen eindimensional hier schon diskutiert wird. Bestes Beispiel ist ja jetzt diese Abhöraffäre. Also das ist das eine, die Eindimensionalität. Wir verteidigen nur. Der Angreifer ist der einzig Böse. Ja, also ganz klare Freund, Feind. Nicht etwa Mitverantwortung. Ich sage das deswegen. Ich möchte wirklich kein profanes, wirklich kein profanes Beispiel bemühen. Aber ich bin nur davon zwei Söhnen. Und wenn die irgendwie beim Lego-Spielen sich irgendwann mal gestritten haben um irgendeinen Legostein, ja, dann hilft ja nur noch eins, die beiden Streithähne auseinanderzunehmen. Ja. Das ist eigentlich das, was Bertha von Sudner gemacht hat, ja, die Waffen nieder. Ja, dafür hat die ja 2019 noch den Nobelpreis bekommen, so. Und dann hat man ja normalerweise zwei Söhne, da sagt der eine immer, aber der hat angefangen, der hat angefangen, der hat angefangen, ja. Das ist der Mechanismus der Kriegspropaganda. Aber der hat angefangen. Und weil der angefangen hat, darf ich jetzt auch, ja. Und am Ende des Tages, jetzt hatten wir den Papst, der ja gesagt hat, White Flag, weiße Fahne, die Streithähne auseinander. Was soll ein Papst auch anderes sagen? Und wir sehen, dass sogar der Papst respektlos behandelt wurde, weil er für den Frieden war und gesagt hat, die Streithähne auseinander. Wie viele Menschen sollen noch sterben, ja. Und es ist natürlich eine Verwahrlosung, glaube ich, unseres Denkens und letztlich auch unserer Presse, dass wir sozusagen auf denjenigen, der erstmal den Konflikt, also die Streithähne auseinander bringen möchte, um bei meinen Lego-spielenden Söhnen zu bleiben, ja, dass der inzwischen geächtet wird. Also gestern habe ich zum Beispiel Karin Mioska gesehen in dieser neuen Talkformata im ARD. Da ging es um diese Mütze-Nicht-Äußerung. Der Krieg, man müsse doch mal darüber nachdenken können, nicht nur den Krieg mit mehr Waffen zu gewinnen, sondern auch vielleicht einzufrieren. Das ist ja als solches erstmal eine ganz unschuldige Äußerung oder ein Vorschlag zu sagen, können wir mal darüber nachdenken, einfrieren, dass wir mal einfrieren, mal eine Pause machen, dass Schlachten aufhören, ja. Die ganze Sendung gestern im ARD ging eigentlich nur darum, wie Karin Mioska als bedeutende deutsche Journalistin, den Lars Klingbeil, also den, was ist ja Geschäftsführer oder Fraktionsvorsitzender der SPD, drängen wollte in die Ecke, dass die Äußerung von Mütze nicht, können wir den Krieg, die Frage, die Frage, können wir den Krieg einfrieren, komplett inakzeptabel sei. Das heißt, diese Sendung hatte in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, einen kompletten Bias, also eine komplette Richtung, ja, eine Diskurshoheit, die da lautete, die Mütze nicht, Äußerung darf nicht sein, denn wer den Krieg einfriert, der macht eigentlich schon eine Akzeptanz von Landgewinnen der Russen und so weiter, ja. Und das zeigt uns, denke ich, wie sehr unser Denken schon verbogen ist. Ich gebe noch mal ein weiteres Beispiel. Wir hatten jetzt diesen Abhörskandal, ja, von diesem Abgehörten, die Generäle, die da geredet haben. Und der Spiegeltitel, also abgelenkt wird auf den Vorfall, nicht auf den Inhalt, ja. Das ist so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, Form und Funktion. Es ging beim Spiegel nur noch darum, wie konnten sich denn die Russen in dieses Webinext-Dings da einwählen? Wie haben die denn die Zuwahldaten bekommen? Anstatt zu fragen, was haben deutsche Generäle dort gesagt? Sie haben gesagt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir diese Brücken in der Ukraine sprengen und das so möglich so aussieht, als wenn man das nicht zurückführen könnte auf Deutschland, ja. Das ist ja eine Wahnsinns-Aussage. Und wir hätten hier mit einem Aufschrei eigentlich in der Bevölkerung reagieren müssen, sollen in meinen Augen, dass deutsche Generäle sowas diskutieren, vor dem Hintergrund unserer Geschichte, vor dem Hintergrund des Versprechen des Kanzlers und so weiter. Stattdessen ging der Aufschrei darüber, wie konnten die Russen, wo war das Leak? Wie konnten sich die Russen da einwählen, ja? Das heißt, wir haben, ich nenne das Ablenkungsdiskurse, also wir lenken vom Eigentlichen ab und kommen auf irgendeinen Nebenkriegsschauplatz und der Nebenkriegsschauplatz wird thematisiert. Das finde ich auch sehr interessant. Ich habe das Gefühl, das ist auch eine gewollte Ablenkung, weil wenn man sich auf die Diskussion einlassen würde, dann müsste man sich ja eben mit dem Problem auseinandersetzen, dass das eigene Denken und die eigene Weltsicht eben eventuell nicht das widerspiegelt, was im Moment vor sich geht. Und das würde vielen Leuten intellektuell wehtun. Darum gibt es ja gewisse Dinge, die nicht besprochen werden können, obwohl sie, also sie und ich, wir können drüber reden, aber sie werden nicht aufgegriffen in den Medien. Also Nord Stream oder dass eben ihr Kanzler neben Herrn Biden stand, als der gesagt hat, also wenn Russland angreift, dann ist fertig Nord Stream. Das sind doch alles Dinge, die eigentlich riesengroße Aufschreier verursachen sollten, aus jeden Fall aus, ich nehme mal an, aus unserer Sicht, aber das dann nicht tun. Also weil auch die Leute, die aufgeschreckt werden sollten dadurch, eben das wahrscheinlich auch gar nicht wollen. Ich nehme das auch im Diskurs häufig wahr, dass auf gewisse Argumente oder gewisse Fakten dessen, was geschehen ist in der Vergangenheit oder auch momentan, einfach nicht eingegangen wird. Das wird weggelassen und dann muss man wieder zurückkehren, eben zum 7. Oktober oder zum 24. Februar und zur Illegalität und dann wiederholt sich dieses Argument, dass wir dürfen, weil der andere ist böse. Also hier wird mich intellektuell eingeengt, und zwar von höchsten akademischen Positionen bis jeder Dachdecker und so weiter, da funktioniert das Denken dann wieder gleich. Also danke für die Frage, das finde ich wirklich das Allerwichtigste, was Sie gesagt haben zu Beginn Ihrer Frage. Dann müssten wir uns eingestehen, dass wir die Dinge vielleicht falsch sehen oder falsch glauben oder dass wir irgendwelchen Dingen aufsitzen. Ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es formuliert haben. Weltsicht. Weltsicht. Wir müssten unsere Weltsicht ändern. Das ist ja das Allerschlimmste. Ich weiß nicht immer, ob es Nietzsche war, der formuliert hat, du darfst den Leuten, das Schlimmste ist es, den Leuten ihren Glauben zu nehmen. Das ist ja ganz egal, ob Sie Sozialismus oder Christentum, was auch immer, aber nimm den Leuten das, an was sie bisher geglaubt haben, dann sind die meisten Leute also komplett sozusagen, also das, was sie und ihr Leben getragen hat. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel, damit es auch deutlich wird. Ich kannte eine Frau, die hat bei der NVA gearbeitet, als die DDR dann zusammengebrochen ist, im November 89. Und wenn Sie bei der NVA waren und Sie haben 30 Jahre lang ein Leben darauf aufgebaut, dass Sie an die tolle DDR geglaubt haben und für diese Frau war auch alles gut. Die hatte zwei Kinder, die hatte ein Gehalt, das war sicher, die hatte ein stabiles Leben. Für die ist buchstäblich eine Welt zusammengebrochen an dem Tag, wo sie überhaupt zum ersten Mal mitbekommen hat, dass andere anders auf die DDR geguckt haben und dass andere in der DDR einen Unrechtsstaat gesehen haben. Ja, jetzt stellen Sie sich diese Frau vor, die 30 Jahre ihres Lebens sozusagen umdenken muss. Worin habe ich denn gelebt? Warum habe ich das nicht gesehen? Und jetzt stellen Sie sich vor, wir als Westen, der sogenannte Westen, wir müssten jetzt, um Mösheimer zu zitieren, es gibt ja auch viele andere, ja auch Kennen hat es auch schon geschrieben, 2004. Jack, Matt, Block. Ja, alle, also eigentlich ist die Bibliothek voller Bücher, die man alle lesen könnte, um zu sagen, perhaps there is another story, vielleicht war das alles anders, ja, die Vorbereitungen auf den Ukraine-Krieg, die amerikanischen Interessen dahinter, Brzezinski, also da steht es ja wirklich sozusagen, ja, ausgestabelt. Ja, so, wir könnten das alles lesen und wahrnehmen und wenn wir das täten, dann haben wir viele Argumente, um zu sagen, Moment mal, die Story, die erzählt wird, ist nicht die Story, die sich abspielt. Es gibt andere Argumente, andere Fakten, auch mit Blick auf Putin, also Sie haben jetzt die Pipeline erwähnt, aber man könnte natürlich auch diese Friedensverhandlungen erwähnen im April 2022, die ja inzwischen, das ist ja inzwischen dokumentiert. Von den Ukrainern, ja. Genau, weswegen der General Kujat ja sagt, im Grunde müsste der Westen eingestehen, dass ab April 2022, also die Friedensverhandlungen wurden ja von uns, also Boris Johnson, the West is not yet ready for peace, wurden ja von uns boykottiert. Eigentlich sagt General Kujat letztens in einer Service-TV-Sendung, ab April 2022 ist der Westen verantwortlich für die Verlängerung des Krieges, ja. So, jetzt müsste man darüber reden, wie erzählen wir einer Bevölkerung, der man zwei Jahre sehr massiv über mediale, leitmediale Steuerung erzählt hat, wir müssen uns gegen Putin verteidigen, wenn wir Putin nicht in Kiew stoppen, dann ist der morgen in Berlin und dann in München und dann in Lissabon, ja. Und überhaupt ist er ein Psychopath so. Dieser Bevölkerung müsste man erzählen, nein, der Westen hat eine Mitverantwortung, das und das und das war anders und so weiter und so weiter. Die Frage ist tatsächlich, kann man das überhaupt oder wollen die Leute das jetzt glauben? Um mal eine Fußnote zu machen, ich beanstande nicht, dass wir Menschenrechtsverletzungen und auch Wahlrechtsverletzungen in Russland haben, es waren ja gerade Wahlen, also wollen wir das mal ganz klar machen. Ich analysiere hier, ich verteidige Putin nicht, ich mag Putin nicht, ja, also es ist natürlich ein Stratege, der einen Krieg führt, wie auch immer. Wir müssen das mit Mörsheimer, mit ganz nüchternen Interessensvokabular auch analysieren, aber es geht hier mitnichten darum, Russland schön zu reden als optimale Demokratie, mitnichten geht es darum, Putin zu verteidigen, das ganz klar zu machen. Aber zu analysieren, was wir eben gesagt haben, Kissinger kennen, Neutralität, Minsker Abkommen, NATO-Osterweitung, also die Mitverantwortung des Westens sichtbar zu machen, nur das könnte ja dazu führen, dass wir irgendwann mal überhaupt in eine Verhandlungsposition kommen, im Grunde so ein bisschen wie beim Christentum. Ja, wir zeigen auf einen mit dem Finger und drei Finger zeigen zurück. Also deswegen ist ja im Vaterunser, vergebe mir unsere Sünden und so verzeihe auch ich meinen Schuldigern. Ja, also da doch mal hinzukommen, dass ein Konflikt sich aufgebaut hat, an dem beide Seiten eine Mitverantwortung haben, ist ja die einzige Möglichkeit zum Frieden. So, und da kommen wir aber natürlich im Moment nicht hin, weil wir in meinen Augen betonierte Öffentlichkeiten haben, die also auch wirklich kognitiv zementiert sind, die genau in diese Polarisierung, Freund-Feind-Schema, gut-böse. Und weil das so ist, gibt es im Moment leider auch irgendwie das Gefühl, dass wir aus der Spur nicht rauskommen. Ja, also wir kommen ja aus der gut-böse, Putin darf auf keinen Fall gewinnen, Spur nicht raus. Das ist wie so ein Auto im Wüstensand, ja. Wenn man immer mehr Gas gibt, dann treibt man dieses Auto immer weiter in den Wüstensand hinein, anstatt eben Mütze nicht einfrieren, wenigstens mal zu sagen, können wir mal den Motor ausstellen, ja. Und das ist natürlich wirklich gefährlich, aber es zeigt, und das ist das Allerschlimmste, es zeigt den epistemischen Bruch, den wir haben, mit unserer eigenen Denkvergangenheit. Also dass wir nicht mehr in der Lage sind, wie Olaf Palme oder Willy Brandt oder Egon Bahr oder Kreisky, den anderen mitzudenken. Also das andere Argument in die Debatte zu holen. Und wenn dem so wäre, dann ist es leider eine problematische Situation, ja. Weil ich glaube, wie Sie, darum geht es im Moment, dass der Westen sozusagen, wie haben Sie gesagt, also dass es das Schwierigste ist, der Bevölkerung zu erzählen, es stimmt nicht alles, was ihr glaubt, ja. Und das Schlimme ist ja, dass in so einem Moment Argumente auch nicht mehr helfen. Also vielleicht darf ich diesen Satz noch machen. Sie haben von der Pipeline gesprochen und so weiter. Das, was wir ja machen, ist im großen Stil Realitätsverweigerung. Also Realitätsverweigerung, ja. Ich zitiere mal den auch Bonner Philosophen Markus Gabriel. Der hat ja ein großes Buch geschrieben zu Fiktion und Wirklichkeit. Und der analysiert ja in mehreren Büchern, dass wir genau im Moment so ein Problem haben, wo wir sozusagen im Zeitalter des Dekonstruktivismus alles ineinander schieben. Mann und Frau ist jetzt queer, ja. Also wir verlieren diese Begriffe, dass wir eben auch Wirklichkeit und Fiktion sozusagen ineinander schieben. Das heißt, die Fiktion wird zur Wirklichkeit und die Wirklichkeit zur Fiktion so ungefähr, ja. Also dass es den gleichen Mechanismus gibt in so und vor diesem Hintergrund habe ich, glaube ich, wirklich den Eindruck, dass wir in einer Verdrängungsleistung sind hier im Westen, was eigentlich Mösheimer der Realismus ist, was eigentlich die Wirklichkeit ist, die wir eben nicht mehr von verschiedenen Seiten beleuchten wollen, um uns im Grunde in einer Fiktion einzulullen, die wir dann zur Wirklichkeit erklären. Das ist ein hochgradig problematischer Mechanismus, der sehr viel mit der Funktionsweise unserer Medien zu tun hat, der natürlich gesteuert werden kann. Also siehe, wie heißt das, der Tögel, der dieses Buch geschrieben hat, ja, psychologische Kriegsführung, also der natürlich darauf verweist, dass diese Wirklichkeitswahrnehmung natürlich eine Algorithmensteuerung ist, ja, also was wir überhaupt noch wahrnehmen, wird natürlich gesteuert und vor diesem Hintergrund, glaube ich, tatsächlich ist ein Totalitarismus des Denkens der Prozess, in dem wir stecken und man kann nur hoffen, dass wir das nochmal weiten, ja. Ich habe die Hoffnung drauf, dass es schlussendlich doch noch zu Deeskalation kommt, von oben gesteuert, wenn sie denn gewollt wird, von Paris, Berlin und London und vielleicht auch Washington und dann Stück für Stück, dass man aus dem Denken rauskommt. Die andere Möglichkeit wäre die nackte Angst. Wenn der große Atomkrieg tatsächlich bevorsteht, dann wird die Angst vielleicht dazu führen, dass wir nicht ganz so weit gehen, wie wir das im Denken eigentlich möchten. Frau Gueroux, wir haben schon über eine Stunde überschritten und ich möchte mich sehr herzlich für Ihre Zeit bedanken und hoffe, dass wir in Zukunft auch nochmal sprechen können, vor allem auch, wie es dann mit Ihren Plagiatsvorwürfen vor sich geht. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und hoffe, Sie kommen da gut raus und dass wir gemeinsam aus diesem Totalitarismus des Denkens rausfinden. Ja, also ich bedanke mich für dieses Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr schön, ja auch die Pisten, die wir ausgerollt haben. Ich finde, da ist, wie sagt man, much room for research. Ich hoffe, dass viele auch der Fragen, die wir hier ausgerollt haben, vielleicht irgendwie auf Interesse stoßen. Vielleicht sollten wir dazu fast ein Forschungsprogramm entwickeln, weil es ist, glaube ich, die wichtigste zeitgenössische Frage, dass wir unsere eigenen Denkstrukturen nochmal überdenken. Bin ich einverstanden. Frau Gueroux, vielen Dank. Dankeschön. Gruß nach Japan. Gruß nach Japan.